In direkter Nachbarschaft zum Erlebnisbad an der Talsperre Malter und quasi vor den Augen der Badegäste entsteht ein neues Mehrzweckgebäude mit Fahrzeughalle für die Wasserrettung und den Katastrophenschutz. Bauherr ist der DRK Kreisverband Freital e.V. Ja, wir mussten für die Wasserwacht ein Neubaugebäude setzen, weil wir im Rettungsdienstbereichsplan verankert sind mit einer SEG Wasserrettung. Das heißt, in einer Schnelleinsatzgruppe, die im Alarmfall innerhalb von einer halben Stunde am Einsatzort sein muss. Und da wir im benachbarten IAT keine weitere Erweiterungsmöglichkeit hatten für Garagen, mussten wir in der Nähe unseres IAT eine Halle bauen, damit wir sozusagen schnell unsere Ausrüstung verstauen können und entsprechend laden. Weil jeder Einsatz verlangt eine andere Ausrüstung und die wird speziell in dem Fall dann auch aufs Auto verbracht. Also hier stehen dann in Zukunft drei Boote drin, wie sie teilweise der Zuschauer schon gesehen hat. Diese Alu-Boote mit Wasserstrahlantrieb bzw. mit Außenbordmotor und dann noch ein Schlauchboot und dann die entsprechenden Zugfahrzeuge bzw. im Fachstarkon sagt man dazu MTW, also Mannschaftstransportwagen, die dann die entsprechenden Personen vor Ort verbringen. Für die Ehrenamtler der Wasserwacht Ortsgruppe Paulsdorf wird es sicher ein Quantensprung werden, denn bisher waren sie in einer schon sehr alten Holzbaracke untergebracht. Ja, die Bedingungen der Wasserwacht Paulsdorf in ihrer alten Holzhütte, die liebevoll Wawahy genannt wurde, waren überhaupt nicht mehr zumutbar. Es waren Sicherheitsmängel, Elektrik, Wärmedämmung. Es war höchste Zeit und so konnten wir mit dem Gebäude dies gleich verbinden. Wir haben sozusagen einen Flachbau mit integriert, der als Zweckbau für die Wasserwacht Paulsdorf dient und alles beinhaltet, was so eine ehrenamtliche Vereinigung braucht. Das heißt Schulungsraum für Aus- und Weiterbildung, kleines Büro, kleine Küche, Umkleideräume und Duschen, Toiletten. Damit ist alles untergebracht und die Wasserwacht Paulsdorf ist jetzt in der Lage, sozusagen ihre Vereinsarbeit in entsprechender Qualität zu leisten, die bisher auch schon erfolgt ist, aber natürlich unter besseren Bedingungen. Rund 140 Mitglieder hat die Paulsdorfer Wasserwacht. Sie sorgen dafür, dass die Badegäste an der Malta ihr Badevergnügen genießen können. Der Aufwand ist immens, weil alle Ehrenamtlichen, die sich verpflichten, an der Malta Dienst zu tun, müssen bestimmte Prüfungen und Ausbildungen absolvieren, um das überhaupt machen zu dürfen. Und das bedarf einer Zeit von mehreren Jahren, um das erstmal dann hinzubekommen. Also das ist ja auch das Ziel der Wasserwacht, sozusagen im Kinder- und Jugendalter schon mit der Ausbildung zu beginnen und stufenweise die Leute heranzuziehen, dass die dann als Jugendliche und junge Erwachsene Dienst machen können und hier für die Allgemeinheit ihr Ehrenamt vollbringen. Unter den neuen Bedingungen wird der Dienst in der Wasserwacht sicher attraktiver gestaltet werden können. Rund 750.000 Euro wird der neue Komplex an der Malta kosten und zum Jahresende könnte Einzug gefeiert werden, wenn alles klappt. Rund 750.000 Euro wird der Dienst in der Wasserwacht. Rund 57.000 Euro wird der Dienst in der Wasserwacht.